Ich höre mal kurz was zu dringen, ich bin gleich wieder da. Ja. Ich versuchte, ich gehe dann direkt in den Norden und versuchte Fahrzeuge abzufangen. Ja, der andere AT bitte auch mit. Ah, Kampfaser ist auf der Seite. Mit Spoonie. Alles klar. Spoonie ist da auch schon auseinander. Ja, das macht das nicht so. Ach, wir sind doch nur zwei Spots drauf. Kampfaser macht bereit. Ich bin bereit. Wer ist Fahrer? Äh. Fiesel. Ja, direkt. Infanterie, zwölf Uhr, glaube ich. Und. Raus. Der ist auf dem Berg noch. Weiter geht's. Komm, Kampfaser, ab nur. Und Attacke. Bis auf die ATs, der Rest stürmt den Tunnel. Und der Sniper. Pass auf, da ist Infanterie. Pass auf, da ist Infanterie. Krügel ist frei. Hier fliegen die RPGs wie sonst. Ich höre Fahrzeug Da kommt nicht mehr Sichtkontakt Dann kriegen wir nicht, oder? Wir warten ein bisschen näher Der fährt weg WTR fährt Nikolaj durch BTR, bleibt gleich stehen Der steht jetzt, Südost Er ist einfach mal auf den Schusspunkt zurück Ja, dann brauchen wir den Scheiß, oder? Ich rück langsam nach Wo steht denn der BTR? Der war genau auf dem Südost-Acker Aber ich weiß nicht, ob er sich wegbewegt hat Ah, ich lass den mal Direkt unter uns, LMG Infanterie, grüner Container Ich kümmere mich um den hinteren Truck Ich habe gerade drei Leute gemessert Geil, einfach rein Oh, schade Da liegen noch welche im Tunnel drunten Jetzt vor dem Sonnerkopf wieder Du hast doch Heavy-IT, oder? Ja Hat die Raketen nicht gereicht für den Truck? Nee, ich hab den normalen drauf geschossen Nicht mit der Heavy Die Heavy hebe ich mir für die bösen Fahrzeuge auf Nicht für so null schnied Naja, hab schon gedacht Das wäre ja nicht verschwender So ein blöden mit der Heavy-AT Sag dir mir Bescheid, wie der Rallye ist Nein Soll ich wieder mit der AT kommen, oder soll ich dich mit dem LMG unterstützen als Schutz? Kannst mich unterstützen, ich habe ja zwei Schüsse Versucht euch einfach im Tunnel festzusetzen Kopf ist abgeschaufelt Sehr gut Einer da oben Pass auf, dass ihr euch nicht umlaufen Äh, ist noch jemand gut? Ich werde nicht gekommen Check Der nächste der Tod ist mit dem Main-Spawn Bist du tot? Ja Äh, an Brust-Positionen Ah, nein, das sind nur Eskos, sorry Vergessen Okay, ich komme jetzt mit dem Lodgy Versuch das da zu halten Also im Osten steht eine Kette und ein BTR, Achtung Auf der Straße Kann man Medic hochkommen auf den Berg? Ja Das wäre super nett Ich weiß aber auch, warum laufen, glaube ich Ich habe Aua gemacht Ich liege aber safe im Tunnel, rechts neben dem Zug ist einer drin noch Könnt ihr die Fahrzeuge im Osten zerstören, bis ich mit dem Lodgy da bin? Ah, okay Hat leicht weh getan Wo ist das Fahrzeug? Ich bin gerade am suchen, ich finde es nicht Wo ist das Fahrzeug noch? Keine Sicht auf, ich sehe nichts Okay Okay Let's see Cappen wir noch Ist gekept Gekept ist durch Sehr gut Nord-östlich, hinter Irgendwo hinter mir oder vor mir Ich hoffe, wer tut Wer ist da? Ähm, hier beim Rallye gleich Ich brauche Einen bei mir Zwei, beziehungsweise zwei Nord-Ost-Infantrie Nord-Ost, Eingang Zwei zu mir, schnell Zwei schnell zu mir Die sind alle am Nord-Ost-Eingang Leute, ich brauche zwei bei mir, schnell Ja, ich komme, ich komme Einer auf dem Weg Ja, mach ich das ganz weh Infantrie, hol die mal Jaja, habste schon von hinten fast Also Abland Mann, Machos, fahr einen Meter zu kurz Die wissen nicht, dass ich hier in dem Container drin bekomme Die sind mit dem Osten rein, langsam Kampfhast, gib schön ab Soll ich noch mehr Ressourcen holen? Soll ich noch nicht Woher aber nicht stehen? Ist der stay Der Law 4 ist vom 3 Wer mich erinnert? Ja Woher aber nicht stehen Spawn bitte ab, aufschaufeln und dann geht weiter Ein Fleisch bei dieser Rengue Infanterie da unten die kette steht auf nordost vor dem tunnel wie sieht es mit infanterie drumherum aus? ja hier ist infanterie alles klar ich bin am nordost eingegangen vor dem tunnel aber in so einem container die haben es schon durchblicken vor dem tunnel vtr, mich wie ich bin AT-CR ja, ich bin schon drauf hat mich nicht gewünscht wo steht denn der TR? der TR steht etwa an der Felsplitter vor dem tunnel rechts so F5 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 Das gibt's doch nicht, die gimpen da immer noch bei Nico da rum Statt das einfach abzufangen Du machst hier gerade den Weg, ne? Ich bin auf dem Weg Ich bin hier auf dem Berg schon Ich bin da dabei Ich bin da dabei Ich bin da dabei Ich bin da dabei Oh, wollt ihr ne Munitionskiste haben? Unten steht eine drin Ich kann auch noch eine auf dem Hügel bauen Ich glaub ich hab die Kette ein bisschen gesmoked auf der Gleise, die kann jetzt nicht mehr soo Hinter der Kette ist noch verdammte Infanterie Ich komm so noch nicht sicher ran Ich bin aber gleich in Position Spooning, ich leg dich hier oben noch ne Ammo Box drauf, ja? Sehr freundlich Ja, die anderen haben das Spiel irgendwie nicht verstanden Ich bin da dabei Ich bin da dabei Wir sind jetzt vorbei Halbes Squad Meine Infanterie mal ein bisschen Richtung Süd Der Spooner flasht den jetzt von hinten Wir werden uns gleich an der Happe pusht Von hinten Kette ist da unten Sauber Sehr gut Spooner Der AT ist auch dran Habtisch gerecht Danke dir Danke dir In den BR habe ich aber nicht mehr gesehen Soll ich noch mal einen Löschy fahren? Oder reicht unsere Fly hier? Reicht erstmal Danke Ja die sind immer noch da auf Müll Ich höre ein Fahrzeug Ich höre ein Fahrzeug Südöstlich von meiner Position Wo? Kappi ich komm zu dir Fähr nochmal Ich bin im Tunnel also da muss Südöstlich neben mir irgendwo sein Ich bin im Tunnel Könnte ein leerer BTR sein West 985 Da kannst du doch den Lodgy einmal voll machen Ja Kannst du doch den Lodgy einmal voll machen Achso Da oben Ja Vereinzelt läuft hier noch was rum Ja hier läuft noch was bei mir Ich hab ihn Das war ein Squad Lead Tapp Ja Da oben auf Fähr Achtung auf Ost Achtung auf Ost ist auch immer Sag mal meine Richtung Alter ich weiß nicht was Squad 3 da macht Aber die haben jetzt schon den Achtung Lodgy dahin gefahren Und immer noch keine Mörser aufgestellt Kann fahr sein, hast du noch das Fahrzeug Ja Ähm negativ Ich hab schon ein bisschen rausgeschossen Das ist ja welche Kandidaten im Squad die nicht reden oder so Ich hab noch einen Squad auf dem Hügel Ja Wenn ja werf mal einen raus Achso, achso nicht im Squad aber Also ein ganzes Squad, Squad 3 Redet gar nicht Warum ist da eigentlich noch niemand bei Factory Wir sind jetzt gleich auf dem Weg Wir haben Snipe nördlich Keppel irgendwo nördlich von dir Zweiter Baum in dir irgendwo Hinterm ersten Baum hab ich Ah rechts von mir Nord-Ost 60 Grad läuft rechts von mir Richtung Haus Was ist mit dem Lodgy nicht geschafft? Was ist mit dem Lodgy nicht geschafft? Was ist mit dem Lodgy nicht geschafft? Ich hab ihn, Kampfhast, der am Baum Der jetzt im Haus Perfekt Da lebt noch irgendwo einer Ja Soll ich mir den Lodgy vor den Squad 3 schnappen? Hörst du mich hier im Lämpfen laufen? Ja Für den Kopf Den Nikola Mach, 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 mach Ja Und sag mal ob da Punkte drin sind Ich komm mit Ich rück mal langsam vor Ich rück langsam mal vor Sicht Sicht kreuzt die Gleise Nördlich Uni 100 Meter Richtung Ich hör hinter mir irgendwo Feuer, südlich Keine Sicht Keine Sicht Ah, alles Check Ja, check was nicht Spooni Richtung 0 6 0 Nördlich Ähm, ich leg gleich ein Rally Dann brauch ich Mindestens zwei Die rein spawnen Ja, scheiße Nördlich Also dauert noch ein bisschen Aber Es muss dann schnell gehen Bekommt ein Laster im Nord-Ost Sein Lodgy Nord-Ost Copy Wo ist der? Ich eröffne Feuer Werf die Infanterie ab, genau Wo ist der? Nord-Ost Wo ist der? Nord-Ost Weitere weg noch Nord-Ost Harte Infanterie ab, bis 6 Süd-Ost So, Rally kommt Unser Scout hat sich festgefahren Rein, rein, rein Da ist noch Infanterie im Nord-Osten Am Faas, Achtung Hab ihn Sniper Florelli steht Ich brauche zwei, los Gabriel, links von dir irgendwo Sniper, bin down Copy Abladen So, ab jetzt bitte hier oben spawnen Und auf Äh, Factory Schaufelt mal nur die Dings auf, die Ammo-Box und die HUB Und auf geht's Das ist so, wir haben schon drei Ferturien Ach, das ist ja schon neutral Buni, pass auf, hier ist noch irgendwie ein Sniper Jo, ich höre ihn schießen Der ist ein Stück nördlich von mir Copy Ich seh ihn Na, bei der Tankstelle, was das ist Hab ich den Schuss her gehört Okay Letzente Jungs okay Die hat ja schon, Phil, gehabt hapt,h und wir will da waren Also setzt euch im Cap fest, jetzt geht ja die Ticket Bleed los Das ist vorbei bevor wir hier sind Boah der ist ganz close Spoonie hinter dir quasi Genau an meiner Pose ist der Sniper Nur zur Info Ja den lass ich mal liegen Verteilt euch ordentlich in alle Richtungen hier Und dann halten wir das Heinz bist du auch im dritten Squad da oder? Ja Was ist mit dem los da? Ah das ist hier so ein Free Weekend Squad Ah ok Ich stelle dir alle lustige Fragen und so weiter Achso Da kommt Lodzschi zu euch rein Ich hab den eben schon ein bisschen zur Sau gemacht Beziehungsweise angeschissen Ja der war AFK der ist jetzt grad wiedergekommen Der ist selber dabei Der hat auch keinen Plan von dem was er tut So dann hab ich ihm halt sein Lodging geklaut Wurscht Ne sorry war ein Infanterie-Trag Das war doch unter Infanterie-West-Süd-West Wo? Bei Tire? Gehen in der erste Compound rein Südwestlich Westlich Ja Tire Schön BTM Südwesten Jo der ist ex südlich Spooning Fährt jetzt einmal vorbei Von meiner Position Kali gegenüber dem Gebäude Nein ich hab keine Racken mehr Vorsicht unsere Jungs hier haben nervösen Finger Achtung der kommt jetzt zu Tire Der BTR Und ich hab eine Raketen So ein Scheiß Ja die hol ich mir gerade BTR fasst auf meiner Position Circa 20 Meter vor mir südlich Ja ich rüste es hier in der Höhe aus Der ist gleich auf mir drauf Drum klimmer Jo ich hab mir Nachschub geholt Ok Ich sicher ihn mein Faser Infanterie abwirft ja bitte Lage TR Wo steht er? BTR ist genau an Brustposition Wo steht er? Genau an Brustposition Genau auf Genau Vorm Büro und zwischen Büro und mir Ah alles klar Ich bin sofort Ja Feind PTR schießt auf euch Ja der ist gleich geschichte Bleibt unten Wo ist er denn? Achtung Sehr schön Sehr schön Sehr schön Das ist das Gute auf diesem Server Aber Ja Jäger Ja